Was geht ab Fitnessfreunde? Wie geht es euch? Easy Fitness am Start. Ihr merkt, ich sehe ein bisschen müde aus. Ich war gerade schon beim Training. Heute waren Schultern, Nacken am Start. Ich habe sieben Übungen gemacht, musste auch mal sein. Also irgendwie immer das gleiche bei mir. Sieben Übungen, Nacken, Schultern, die mache ich schon mal zusammen, die beiden Übungen, die beiden Muskeln. Ihr merkt, ich bin schon total müde. Kaputt. Es ist 1.50 Uhr jetzt und ich wünsche euch viel Spaß beim Video jetzt. Genießt es. Ihr könnt ja sehen, welche Reihenfolge ich benutze und wie ich die Übung ausführe. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß und denkt immer dran, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren und da auf der anderen Seite seht ihr die anderen Videos. Die könnt ihr auch gerne anklicken. Supportet mich. Ich liebe euch alle. Ciao Leute. Bis dann und gute Nacht. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020